Salam alaikum und alaikum salam alaikum Freunde, ich bin's, euer Wakayashi und das hier ist ein finsterer Schrein-Bossguide zu Kumio, dem Fuchs auf der Schwierigkeitsstufe Calamity 6. Ja liebe Leute, es ist kein Geheimnis, dass Kumio zu den schwierigsten finsteren Schreinbossen gehört überhaupt, aber gerade deshalb nehme ich ihn in meiner wöchentlichen Rotation mit. Jede Woche kann man ja 5 Bosse hier besiegen, wie ihr hier oben links sehen könnt und Kumio gehört zu den Bossen, die ich immer mitnehme, denn es ist sehr einfach hier Rang 1 zu erreichen, also wenn ihr mal hier schaut, ich habe jetzt diese Woche mal wieder abgeschlossen und ihr seht hier in dem Fall Kumio 6 Zini, ich habe 6 Minuten 24 gebraucht, meine Bestzeit auf C6 ist, wie ihr in dem Video sehen könnt, hier auf 5 Minuten 30 und ich bin trotzdem erster Rang 1, es macht einfach keine Sau diesen Boss, weil er einfach so kompliziert ist, aber wenn ihr es einmal gemeistert habt und damit keine Probleme habt, dann könnt ihr den One tappen, ihr müsst auf ein paar Sachen achten, aber wenn ihr das beherzigt, dann seid ihr auf einmal good to go. Auf jeden Fall wollen wir 6 Zini mitnehmen, weil wir immer hier ab 6 Zini bzw. ab 5 Zini bekommen wir hier schon die Kristalle, wie ihr sehen könnt, ab 4 Zini kann man nur die Fragmente droppen und wir wollen so viel Silber mitnehmen wie nur möglich, bei 5 Zini kriegen wir halt wie gesagt die Kristalle. Und der Grund, wieso ich aber auf 6 Zini gehe, statt auf 7 Zini, ist der, dass man ab 6 Zini auch Mon oder Duo, ja, Debo Ohrringe droppen kann. Habe ich bis jetzt noch nie gedroppt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie bekanntlich. C7 ist deutlich zu kompliziert, aber alles, was ihr jetzt hier in diesem Guide erfahrt zu Kumio C6, das könnt ihr auch 1 zu 1 in C7 anwenden, ihr bekommt mehr Schaden und der Boss braucht halt ein bisschen länger, aber sonst könnt ihr die Mechaniken 1 zu 1 genau so anwenden in C6 oder C7, kein Unterschied. Bevor ihr den Kampf gegen Kumio antretet, braucht ihr unbedingt 2 Items im Inventar, noch besser in der Schnellauswahlleiste, denn dann könnt ihr sie über Tasten-Kombo einfach mal schnell aktivieren. Und zwar einmal die Kürbisflasche in Rot und die Kürbisflasche in Blau. Die Kürbisflasche in Rot ist essentiell, die Blaue, die kann man auch irgendwann ignorieren, wenn man genug Schaden hat, aber im Zweifel beide mitnehmen. Die Grüne könnt ihr komplett ignorieren, da gibt es eine Mechanik, die werden wir sowieso cheesen, das heißt also, wir werden sie umgehen und dementsprechend achtet nur darauf, dass ihr die rote Flasche und die blaue Flasche dabei habt. Die bekommt ihr in der Mainquest von Lommel, wenn ihr gegen Kumio antretet und wenn ihr sie irgendwie mal gelöscht haben sollt, hier unten steht, wo ihr sie wieder bekommen könnt, bei Seung San. Seung San ist beim Fuchspass, ich habe das mal hier schon markiert, das heißt also, ihr müsst einfach nur hier hingehen und mit dem nochmal schnacken und bekommt nochmal diese Tränke im Nachhinein. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich sie auf Taste 7 und 8 platziert, die rote ist deutlich wichtiger als die blaue, die blaue ist halt auch wichtig, wenn man nicht genug Schaden hat, aber ihr werdet gleich sehen, welche Mechaniken da vorkommen. Kumio gehört zu den schwierigsten Boss-Schrein-Bossen, die es gibt, es gibt sehr viele Mechaniken, aber wenn man das einmal so routiniert hat, das dauert am Anfang ein bisschen, bis man das wirklich so gemeistert hat, aber wenn man einmal verstanden hat, wie dieser Boss funktioniert, dann ist es halt einfach wie ein ganz normaler Black-Schrein, finsterer Schrein-Boss und ihr könnt das halt ganz, das Ganze sehr easy überwältigen. Also ich schaffe es inzwischen, dass ich ihn one-tappe und nicht nochmal sterbe. Wir aktivieren als erstes wieder die Boss-Sicht, damit wir ein bisschen mehr das Ganze von oben überblicken können. Der erste Angriff beginnt immer mit einem Feuer-Atemstoß und da können wir einfach hinten hingehen und Back-Attacken. Wir versuchen, wie immer, schön zu Back-Attacken und es gibt ein paar Angriffe, die ihr unbedingt I-Frame müsst, die ihr ja umgehen solltet, die ihr vielleicht Frontal-Garden solltet unbedingt, aber auch Frontal-Garden wird ganz schnell hier runtergehen, dementsprechend auf jeden Fall darauf achten, dass ihr viele Attacken von ihm wirklich vermeidet und nicht frisst. Also erstmal, das ist eine der wichtigsten Attacken, die es überhaupt gibt, dieser komische Wirbelsturm in blau, der um ihn herum kreist. Wenn das Ding kommt, dann am besten I-Frame. Ihr werdet sehen, mein Wizard-I-Frame ist immer dieses links-rechts-links-rechts. Das kann ich unendlich oft ausführen, bis meine Ausdauer weg ist, aber wichtig ist, hier kann man halt vielleicht maximal ein Tick oder vielleicht zwei Ticks, besser gesagt, also zwei Ticks würden noch gehen, denke ich, die man da mit Frontal-Gard so ein bisschen tanken könnte, aber im Grunde, wenn ich das sehe, bin ich immer am links-rechts tun. Seht ihr auch jetzt hier, wie ich am links-rechts bin. Die ist wirklich sehr, sehr hart und die nimmt euch einfach nur das Leben auseinander. Auf C6 schon und auf C7 komplette Katastrophe. Ich habe natürlich alle Bosse schon auch auf C7 gemacht für die einmalige Belohnung, aber ich kann euch nur sagen, auch auf C6 ist das kein Zuckerschlecken. Diese Attacke ist die zweite Attacke, das heißt also, wenn er so quasi auf seine Hinterpfoten geht und dann so runterkommt, ist es entweder die Wirbelsturm-Attacke, die müsst ihr auf jeden Fall links-rechtsen, wenn ihr also dafür ein Gefühl entwickeln wollt, dann könnt ihr den ersten auch immer tanken, den ersten Hit, weil danach müsst ihr auf jeden Fall spätestens I-Frame. Und der zweite Angriff, der auch ähnlich initiiert wird, ist dieser hier. Das ist so wieder Feueratem nach vorne. Das ist eine sehr gute Angriffsmethode, um ihn von hinten anzugreifen. Wenn ihr das seht, immer von hinten angreifen. Okay, also wie ihr sehen könnt, erstmal schön weiterhin Back-Attacken und bis er die erste Mechanik einleitet. Jetzt verschwindet er, wenn ihr seht, dass er in die Luft springt, verschwindet er und davon gibt es jetzt ein paar Methoden, ein paar Möglichkeiten, was jetzt passieren kann. Die eine seht ihr jetzt hier, die anderen werde ich euch dann noch später erklären. Es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, die passieren, wenn er verschwindet. Ihr seht jetzt erstmal hier an der Stelle, dass zwei von diesen Kumihos entstehen und der eine hat eine Halskette, der andere nicht. Der andere, der keine Halskette hat, ist der Richtige. Also der Richtige, wo ihr euch hinstellen solltet. Der Richtige, der existiert, der physische, ist der mit der Kette. Also, es gibt eine Safe Zone in diesem Szenario. Er springt gleich auf den Boden runter und dann ist alles tot. Alles. Alles ist tot, bis auf einen Fleck. Und zwar der Fleck, genau wo der linke Fuchs auf den Boden kommt. Es ist nicht immer links. Es ist immer der Fuchs, der keine Halskette hat. Wenn der Fuchs keine Halskette hat, stellt ihr euch da runter und ihr seid safe. Ihr könnt aber auch in dem Moment, wo er runter springt, einen sehr langen I-Frame benutzen, damit ihr diesen One-Shot quasi umgeht, vermeidet. Das kann auch auf jeden Fall gut klappen. Aber wenn ihr da nicht so geübt seid, dann ist es sehr schwer, diesen Punkt zu finden, wo ihr wirklich im I-Frame seid. Ihr könnt es gerne testen. Ich mache es tatsächlich immer mit dem I-Frame, weil ich einen Double-Teleport habe, der wirklich sehr lange ist. Ich habe dadurch mehr Möglichkeiten oder mehr Chancen, diesen Angriff zu vermeiden. Aber wenn ihr keinen langen I-Frame habt, dann solltet ihr euch einfach darunter stellen. Und das Schöne ist natürlich, dass man das natürlich so ein bisschen zeitlich cheesen kann, wenn man schon direkt bei ihm steht, wenn er runterkommt und dann direkt weiter damagen kann. Aber ihr seht, ich stelle mich hier quasi unter dem Fuchs ohne Halskette und der, der diese Halskette hat, das ist der Richtige. Gut, also auf jeden Fall, jetzt kommt von Kumiho ein Angriffsmuster. Das ist der Charge, ja, und den hat man nur in C6 und C7. Den habt ihr vielleicht vorher noch gar nicht gesehen. Aber der ist unbedingt zu dodgen. Der macht euch sehr viel Schaden und er knockdownt euch, ja. Das heißt also, ihr seid dann erstmal CC'd und das ist nicht so schön. Also diesen Charge hier, wenn ihr das seht, ne, sofort I-Frame. Sofort weg aus seiner Laufbahn, wenn das euch trifft. Sehr viel Schaden, vielleicht auch tot und dann auch noch ein CC. Ne, deswegen hier direkt einmal nach rechts ge-i-framed. Anschließend macht er immer eine der beiden Angriffe, entweder den Feueratem oder den Wirbelsturm. Das ist in dem Fall Feueratem. Dementsprechend können wir hier ihn schön wieder back attacken, schön viel Zeit mitnehmen. Jetzt verschwindet er wieder, ne, das ist so dieser kleine Vorwärtsschritt und dann into verschwinden. Jetzt kommt einer der anderen Szenarien. Das ist das, nämlich das, was ich als nächstes kommen könnte, könnte, ne, es gibt noch andere Möglichkeiten. Das ist ein Donut und Schaden ist in der blauen Fläche. Sobald er auf dem Boden auftaucht, ist Schaden in der blauen Fläche. Das heißt, entweder steht ihr hier außerhalb oder ihr steht in dem Nukleus, in der Mitte. Ne, hier seht ihr, ich bin nicht mal ge-i-framed und da bekommt ihr auch keinen Schaden. Ist aber auch in dem Fall eine sehr einfache Methode. Jetzt wieder Wirbelsturm, ihr seht, wie ich schon wieder am linksrechtsen bin. Ne, nennen wir das mal linksrechtsen. Das ist einfach ein i-Frame, Infinite i-Frame mit PVE. Er verschwindet jetzt schon wieder und das ist die dritte Möglichkeit, die passieren kann, wenn er verschwindet. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, aber dazu kommen wir gleich. Die sehen wir hoffentlich auch noch. Und zwar ist es jetzt so, dass hier drei Füchse auftauchen. Zwei von denen haben eine rote Halskette. Einer von den beiden hat eine grün-rote Halskette. Die mit der grün-roten Halskette ist der richtige. Den wollt ihr auch direkt angreifen, also schnell hinter ihn gehen und Schaden machen. Wenn ihr nicht schnell genug hier Schaden macht auf den mit der grün-roten Halskette, werden die beiden anderen roten Kopien von Kumio auf euch einen Feueratem losziehen. Das heißt also, entweder stellt ihr euch möglichst so weit hinten, hier oben irgendwo hin, dass sie alle in die Richtung ihren Feueratem machen, alle drei. Dann könnt ihr schön in Ruhe nach hinten gehen und ihn jetzt hier bearbeiten. Oder ihr behilt euch wirklich sehr schnell. Beim Wizard ist es halt einfach, weil er Double Teleport hat. Und dann können wir von hinten angreifen und sobald wir Schaden hier auf ihn verursacht haben, verschwinden die beiden Kopien. Wenn ihr das nicht tut, dann greifen die natürlich die letzte Position an, alle drei, wo ihr halt standet. Und wenn ihr dann quasi jetzt hier hinten steht, jetzt dreht er sich, macht von hier vorne den Back Attack nach hinten. Aber das ist ja kein Problem. Ihr positioniert euch um und steht dann hier hinter ihm. Aber die anderen beiden sind ja noch da. Und wenn die anderen beiden euch dann von hinten mit dem Feueratem erwischen, seid ihr tot. Deswegen also ganz wichtig, dass ihr hier möglichst entweder schnell ihn tötet, also beziehungsweise angreift und Schaden verursacht, damit die beiden Kopien verschwinden. Oder ihr stellt euch initial ganz weit hier vorne, dass alle drei quasi in die Richtung ihren Feueratem losschießen und ihr dann nach hinten kommt und von hinten schön den wahren Kumio bearbeitet. Also wie gesagt, ich mache jetzt Schaden, die beiden verschwinden. Deswegen brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen. Aber ihr seht jetzt, der dreht sich ja mal um und macht hier den Feueratem. Das hätten jetzt in dem Fall alle drei gemacht, wenn ihr nicht so schnell hier hinten hingekommen wärt und ihn angegriffen hättet, weil die anderen beiden dann nicht verschwinden. Das heißt also, ihr stellt euch am besten an eine sichere Position, wo ihr von allen dreien nicht getroffen werden könnt. Wenn die anfangen dahin zu speien, könnt ihr schnell hier hinten hingehen und ihn dann bearbeiten. So, und jetzt sind wir bei ungefähr 60% und bei 60% kommt dann die erste Mechanik. Ihr seht, da kommt auch ein Timer, 1,22, da steht ein Text. Wie wäre es mit Verstecken spielen? Ihr seid dran, natürlich, haha. Das ist die erste große Mechanik. Das bis jetzt waren alles nur Normal Patterns, ja. Also das war alles nur so ein bisschen wischiwaschi. Aber die Normal Patterns bei Kumio hauen halt richtig rein. Ihr müsst sie respektieren. Diese Angriffsmuster sind geisteskrank und ihr müsst halt wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, was könnt ihr tanken, was solltet ihr unbedingt iFrame, ja. Wenn ihr das berücksichtigt, was ich jetzt schon gesagt habe, ist das schon sehr schön. Also, jetzt nochmal zurück zu der ersten Mechanik, ne. Ihr seht den roten Text, ihr seht den Timer 1,22, ne. Und jetzt müsst ihr auf Folgendes achten. In dieser Phase müsst ihr ganz schnell auf die Halskette achten. Welche Farbe hat diese Halskette? Grün, richtig. Das müssen wir uns jetzt merken, denn es gibt jetzt hier eine ganz wichtige Methode, um die grüne Kürbisflasche zu ignorieren. Ansonsten müsst ihr mit der grünen Kürbisflasche arbeiten, aber das ist sehr lästig, okay. Also, es entstehen gleich zwei Füchse, zwei Kumios, ja. Einer davon ist der richtige, der andere ist ein Fake, okay. Der eine hat eine rote Halskette, der andere hat eine grüne Halskette. Ihr habt gesehen, der wahre Kumio hatte gerade noch kurz bevor er verschwunden ist, noch eine grüne Halskette. Das heißt, danach orientieren wir uns. Wenn ihr eine rote Halskette sehen solltet, dann stellt ihr euch bei dem Zelt hier hinten schön an diesen Rand der Map, okay, und zieht den roten Kumio zu euch schön in diesen Rand. Dann kann der andere, der grüne, nicht gleichzeitig euch auch ebenfalls agronen, weil ihr zu weit weg seid. Der hat eine gewisse Agro-Range und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder nicht, aber auf jeden Fall greift der grüne euch dann in der Zeit nicht an und ihr müsst euch nur um einen Fuchs kümmern. Wenn ihr irgendwo in der Mitte rumpimmelt, dann greifen euch beide Füchse an, ja, der richtige und der Fake und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr lästig. Beide machen jetzt genauso viel Schaden wie der eigentliche Kumio, auch mit der rot-grünen Kette, den wir die ganze Zeit angegriffen haben und wenn ihr dann zwei von diesen Füchsen angreifen müsst, die unterschiedlich schnell ihre Mechaniken ausführen, Jesus, da könnt ihr eigentlich schon neu starten. Wenn das passiert, könnt ihr eigentlich schon in den meisten Fällen neu starten. Wenn ihr ein bisschen skilled seid, könnt ihr damit umgehen, aber ansonsten könnt ihr eigentlich sofort neu starten. Also meine Empfehlung, unbedingt das ausnutzen. Das heißt also, hat der Fuchs eine rote Halskette, stellt ihr euch an diesen Rand der Karte, ne, ich stelle mich meistens ungefähr hier hin, das wollte ich einmal hier zeigen, ne, da habt ihr gesehen, der Kameraschwenker, aber da er jetzt eine grüne Halskette hat, wollen wir uns auf die andere Seite der Map stellen, also möglichst schön hier an dieser Seite der Map, ne, am Ausgang, nicht beim Zelt und dadurch kriegen wir die Aggro von dem roten Fuchs nicht. Ihr seht jetzt von hier aus, da entstehen zwei Füchse, Füchse und wir haben einmal rot da hinten und grün hier vorne. Der grüne wird uns jetzt gleich aggroen und das ist auch der richtige. Wenn wir den grün töten, endet die Mechanik. Wenn wir den roten töten in dieser Phase, obwohl der Kumio eine grüne Halskette angezeigt hat, dann ist die Phase nicht beendet. Das heißt, dann tötet ihr den roten, müsst aber danach immer noch den grünen töten, okay? Das heißt, die Mechanik endet erst, wenn ihr den entsprechenden Fuchs mit der gleichen Farbe tötet. Und da wir uns dann um den roten nicht mehr kümmern müssen, wollen wir den auch ignorieren. So, was passiert hier als erstes? Als erstes, wenn er die Aggro auf euch trifft, kommt immer ein Feueratem. Feueratem immer. Danach kann folgendes passieren. Ihr seht, der Feueratem macht sehr viel Schaden, Leute. Ich hab ihn gerade einfach nackt gefressen. Frontal Guard, nicht Back Attack und ohne Frontal Guard, ne. Was kann danach passieren? Nach dem Feueratem gibt es entweder immer einen Charge, das ist dieser Anlauf-Skill, der mir sehr viel Schaden macht und euch cc-t. Oder er steht an Ort und Stelle und beschwört Flammen auf euch. So blaue Flämmchen, so ganz viele blauen Flammen, ne, wie den, den man für die Labresca braucht. Und diese Dinger explodieren nach einer Zeit. Die müsst ihr also unbedingt umgehen. Das sind so wie Minen, ja. Wenn ihr auch darüber geht, löst ihr sie vorher aus. Das heißt, was passieren könnte, ist, dass ihr an denen sterbt, wenn ihr drüberläuft. Oder ihr einfach wartet und die immer größer werden. Und irgendwann, wenn sie groß genug sind, explodieren die auch so. Einfach in dem Moment dodgen, das ist ganz wichtig. Und einfach davon wegstehen. Ihr habt wirklich hier ein bisschen Freiraum. Ihr könnt wirklich schön diese ganz coole hier mitnehmen. Also von hier bis nach hier hinten. Und der rote sollte euch nicht fokussieren. Das werdet ihr aber auch merken, ne. Was auch noch ein kleiner Tipp ist, für die blauen Flammen, wenn ihr sehen solltet, man kann sie mit einem I-Frame, wenn man drüber I-Framed, auslösen, ohne dass ihr Schaden bekommt. Ja, das Spiel registriert, dass ihr drüberläuft, explodiert dann halt vorzeitig, aber ihr bekommt keinen Schaden. Also, jetzt in dem Fall kommt der Charge, ne. Aber wir sehen auch hoffentlich die Flammen. Aber jetzt hier der Charge into der Wirbelsturm-Attacke. Ich hatte ja gesagt, nach dem Charge kommt immer noch eine Attacke. Das war jetzt Wirbelsturm, da haben wir schön links, rechts. Das sind ganz normale Angriffspattern. Da wollen wir einfach so viel wie möglich back attacken. Er macht halt immer seinen Schwanzhauer in den Boden. Und da wollen wir halt möglichst mal schnell hinterhin gelangen. Und jetzt kommt wieder Wirbelsturm, blauer Wirbelsturm. Den wollen wir dodgen. Ne, hier können wir nicht gut back attacken. Er ist in dem Bereich, wo wir nicht hingehen können. Und jetzt wollen wir einfach nur back attacken. Einfach nur back attacken. Das war wieder ein Charge into einem Angriffsmuster. Jetzt hier wieder schön links, rechts, weil er den Wirbelsturm macht. Er liebt die Attacke, ne. Ich hasse die Attacke. So, und bis zu zweimal passiert das hier. Und zwar, wenn ihr ihm sehr viel Schaden ausgerichtet habt, dann ist er quasi gestaggert. Das heißt also, der ist dann einfach bewegungsunfähig, ist auf dem Boden. Wenn ihr Glück habt, dann kann man ihn schön von hinten angreifen. Wenn ihr nicht Glück habt, dann zeigt er seinen Arsch in den Schatten. Und dann könnt ihr sowieso nicht von hinten angreifen. Einfach dann frontal angreifen. Aber jetzt hier in dem Fall schön back attacken. Ich greife hier so ein bisschen von der Seite an. Wollte aber auch keine Zeit verlieren, indem ich mich neu umpositioniere. Aber jetzt verschwindet er erstmal. Das kann auch öfter passieren. Und das ist die letzte Möglichkeit, was passieren kann, wenn er verschwindet. Das ist die vierte Möglichkeit. Und zwar, er verschwindet und dabei kommt so ein blauer Kegel nach vorne. Aber orientiert euch bitte nicht nach dem Kegel. Das ist ein bisschen manchmal buggy. Orientiert euch nach seiner Blickrichtung, wenn er oben ist. Und zwar, wenn er jetzt in dem Fall hier nach rechts schaut, dann ist das okay, dann passt das mit dem Kegel. Dann greift er das alles an. Und das ist dann auch wirklich sehr viel Schaden. Wenn er aber diesen Kegel anzeigt, aber in die Richtung guckt, dann müsst ihr euch dann hierhin positionieren. Also dann dürft ihr euch nicht hierhin positionieren. Das ist ein bisschen buggy, aber ihr werdet das schon merken. Im Zweifel einfach komplett iframen, sodass ihr einfach gar nicht getroffen werdet. In dem Fall. Aber das war in dem Fall genau, passt, passt, passt genau. Also er hat genau den Kegel angegriffen. So, und da ich jetzt wirklich sehr viel Schaden schon gemacht habe, ist er jetzt hier und wieder gestaggert. Also eine zweifache Stagger-Ring hintereinander. Und er ist jetzt gleich tot. Und dann können wir ganz normal die erste Mechanik abschließen und machen weiter. Ich habe ihn noch gerade geschafft zu töten, aber ihr habt gesehen, er wollte gerade verschwinden. Also ihr habt da meistens nicht so viel Zeit. Gut, jetzt kommt die zweite Phase. Die zweite Phase von Kumio, dafür benötigen wir die blaue Kürbisflasche. Die blaue Kürbisflasche ist dafür da. Ihr seht jetzt, hier sind überall in der Arena, ja, blaue Flammen, ja, so eine Art Lava, ja. Und die fängt am äußersten Ring an. Und je länger ihr braucht, desto mehr wird von der Map von dieser Lava bedeckt, ja. Die kommt immer näher, immer näher, immer näher. Und irgendwann könnt ihr euch gar nicht mehr bewegen, so. Diese blaue Kürbisflasche erzeugt einen Regen. Der Regen, ja, lässt die Flammen wieder zurückgehen, wieder bis zum äußersten Ring. Den äußersten Ring könnt ihr natürlich nicht glänzen. Das heißt also, entsprechend bleibt ihr möglichst immer in der Mitte und wollt nicht nach außen. Wenn ihr in der Lavaflamme stehen solltet, was kann passieren? Ihr bekommt Schaden des Grauens, dass euer Arschloch wegärzt. Und zweitens, ihr werdet CC-t, ne. Wenn dann Kumio kommt und macht irgendeine Attacke, ist scheißegal welche Attacke. Meistens sind die immer tödlich, wenn die dann auf dem Boden liegt, ne. Weil dann noch Air-Attack, Down-Attack oder so eine Scheiße kommt. Also, in dem Fall, ne, ihr habt aber nur zwei Aufladungen von dieser blauen Kürbisflasche. Das heißt also, ihr habt ein Zeitfenster, ja. Das Ziel ist es, Kumio jetzt auf 25% zu bringen. Ihr werdet gleich sehen. Er hat jetzt wieder das Leben, was er davor hatte, bevor er quasi mit der grünen oder roten Halskette verschwunden ist. Das sind jetzt ungefähr so 60%, 50%, wie ihr sehen könnt. Er verschwindet jetzt. Ich hasse die Attacke auch immer, dass er immer verschwindet. Jetzt kann einer der vier Möglichkeiten passieren. Ihr seht, links ist er mit ohne Halskette. Das heißt, da ist die Safe Zone. Rechts ist dort, wo er die Halskette hat. Das heißt also, wir gehen jetzt hier schön gemütlich unter hin. Aber in dem Fall wollte ich euch mal zeigen, wie es mit einem I-Frame ist. Dementsprechend, ihr seht schon, wie mein I-Frame hier aufploppt, ne. Und genau in dem Moment, wo er auf den Boden kommt, müsste er im I-Frame sein. Ansonsten tot. Entweder I-Frame oder unter dem Fake-Fuchs ohne Halskette. Ihr seht, das war ein Double-Teleport, ein sehr langer I-Frame. Dementsprechend bin ich direkt hier hinten und kann sofort Gas geben und weiter angreifen, um halt Zeit zu sparen. Und ja, das ist jetzt wieder die Links-Rechts-Attacke. Ihr seht erstmal hier den Willbelsturm. Ihr habt nur zwei Aufladungen von der Kürbisflasche. Das heißt also, nutzt sie möglichst weise und lasst euch Zeit, bis die Flammen so ein bisschen näher kommen. Dieses Lava, ja, diese blaue Flamme. Und wenn ihr halt wirklich keinen Spielraum mehr habt, nutzt sie auch, ne. Ihr habt, wie gesagt, auch zwei Aufladungen. Und am Anfang ist es so, dass ihr vielleicht so auch beide braucht. Aber es gibt halt Patterns, wo ihr auch gar keine braucht. Also wo ihr die blaue Kürbisflasche gar nicht braucht. Wenn ihr sehr viel Schaden habt und ihr ein gutes Pattern erwischt, dann könnt ihr ihn auch wirklich komplett durchdamagen. Aber wenn er dann solche Faxen macht, wo er immer wieder verschwindet und immer wieder runterkommt und wieder verschwindet, das kann halt manchmal auch hintereinander passieren, dann vergeht die Zeit. Dementsprechend werden die Flammen immer näher und dann müsst ihr diese Kürbisflasche nutzen. Das Ziel ist es, jetzt hier bis 25% Komi runterzuhauen. Ab 25% ist diese Phase, die zweite Phase beendet und ihr braucht die blaue Kürbisflasche nicht mehr. Deswegen haben wir sie auch hier auf die 8 platziert, damit ich da schön auf 8 drücken kann, wenn es passiert. Und das ist jetzt wieder ein Feueratmen. Davor war ein Wirbelsturm. Denkt bitte an diese blauen Flämmchen, die nach Labresca-Flammen aussehen. Wenn ihr die seht, die Beschwörter, die machen erstmal keinen Schaden, wenn ihr sie seht, aber wenn ihr sie rüberläuft, ist es wie eine Mine, explodiert. Wenn sie groß genug werden, explodieren sie auch so. Und dann wollt ihr möglichst weg von der Zone sein. Die machen auch immer so ein kleines Pluszeichen auf dem Boden. Wollt ihr dodgen, wollt ihr nicht kassieren. Jetzt hier wieder eine Charge-Attacke, gefolgt von einer links-rechts, also Wirbelsturm- oder Feueratem-Attacke. Ihr seht die Flammen, wie sie jetzt näher gekommen sind. Habt ihr gesehen, wie klein die Arena ist jetzt, wo wir uns jetzt befinden können. Ich würde auch an dieser Stelle empfehlen, eure Effekttransparenz möglichst hochzustellen, damit ihr auch diese Effekte seht. Die Effekttransparenz findet ihr unter Escape, Einstellungen, Bildschirm, Effekte und dann Effekttransparenz möglichst hochstellen, damit ihr auch diese ganzen Effekte seht. Ansonsten seht ihr sie nicht. So, ihr habt gesehen, ich hab jetzt gerade meine Kürbisflasche benutzt. Ich hab noch 20 Sekunden auf der Kürbisflasche. Hab dementsprechend jetzt eine schon verbraucht. Ich muss euch also jetzt demnächst beeilen. Ihr seht jetzt hier sind wieder die zwei Füchse. Ich hab mich unter den Fuchs gestellt, der nackt war, also ohne Halskette. Ich hab jetzt hier einen Tick durch Frontal Guard erwischt, Leute. Also ein oder zwei Ticks und ihr seid tot. Mit Frontal Guard. Ihr seht, mein Frontal Guard ist auf null und ich hab mehr als die Hälfte des Lebens verloren. Also, diese Attacke ist wirklich geisteskrank. Auf C7 wollt ihr sie nicht einmal ticken. Auf C7 wollt ihr sie nicht einmal auf eurem Leib spüren. Das sind jetzt übrigens die blauen Flämmchen, die er beschwört. Ihr seht also, währenddessen könnt ihr euch hinter ihn stellen. Das ist ein sehr schöner Tipp. Währenddessen könnt ihr euch hinter ihn stellen. Und ihr bekommt aber auch die ganze Zeit in gewissen Abständen Schaden, während er diese ganzen Flammen auf der ganzen Arena verteilt. Und das ist jetzt eine der zwei Möglichkeiten. Es gibt noch ein anderes Angriffsmuster, wie ihr diese blauen Flammen beschwört. Die macht er dann Frontal zu euch, dort wo ihr steht. Bei dieser Attacke ist es so, dass ihr die einfach rundum verteilt. Aber sie sehen beide sehr ähnlich aus. Und diese kleinen Flämmchen werden immer größer und mit der Zeit explodieren sie. Oder wenn ihr einfach drüber lauft. Ihr könnt sie mit einem I-Frame vorher auslösen. Dann verschwinden sie, falls ihr irgendwie ein bisschen Spielbeinfreiheit braucht. Aber in dem Fall, hier könnt ihr ihn auch sehr schön damagen. Einfach hinter ihn stellen und von hinten angreifen. Aber möglichst mit Angriffen, die Frontal Guard haben. Denn er macht, wie gesagt, Schaden. Ihr seht jetzt hier, ich habe schon irgendwie 31% meines Frontal Guards verloren. Und jetzt habe ich nochmal fast 60% verloren. Ich habe nur noch Frontal Guard bei 9, wie ihr sehen könnt. Also hier ganz unscheinbar. Also aber da könnt ihr schon ein bisschen was tanken. Solange ihr nicht sterbt, könnt ihr auch den Damage in Kauf nehmen. Dass er auf euch Damage auswirkt, wenn ihr ihnen auch Schaden machen könnt. Ihr seht, wie viel Leben ich ihm abgezogen habe in dieser Flammenphase. Bei 25% endet die Phase. Danach kommt hier nochmal ein Feueratem. Ihr seht, ich versuche nicht über die Flammen zu laufen. Deswegen bin ich ein bisschen passiv hier gerade. Versuche nicht zu backattacken. Wollte einfach die Phase jetzt beenden. Die Flammen bleiben natürlich trotzdem. Und ihr könnt mal gleich sehen, ich versuche hier mit I-Frames die auszulösen. Klappt nicht immer. Hat in dem Fall nicht geklappt. Und wie ihr sehen könnt, explodieren sie auch einfach nach einer gewissen Zeit. Aber wenn ihr die Beinfreiheit nicht braucht, könnt ihr auch darauf verzichten und müsst nicht die irgendwie auslösen. Kommen wir zur letzten Phase, ja, zu der dritten Phase. Es gibt noch eine vierte Phase, aber in der dritten Phase ist es so, Kumio verschwindet und jetzt beschwört er seine ganzen Cousins. Cousins, Brüder, Onkels, die sind da. Die erste Phase geht damit los, dass drei kleine Füchse spawnen. Diese Füchse wollt ihr jetzt erstmal sammeln, möglichst auf einen Fleck. Und dann einfach töten. Aber unterschätzt sie nicht, ja. Auch die Cousins von Ali machen sehr viel Schaden, ja. Dementsprechend auf jeden Fall hier immer respektieren. Die Angriffsmuster von diesen kleinen Füchsen sind eins zu eins die von dem großen Kumio. Also, wenn der Feueratmen macht, steht bitte nicht da, da, davor. Der macht halt auch Schaden. Der macht, glaube ich, ein bisschen weniger Schaden als der große. Aber wenn ihr davon drei auf einmal kassiert, tot. Tot. Also so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Wenn alle drei verschwinden, entsteht auf der Leiche eine blaue Flamme. Diese blaue Flamme möchten wir glänzen mit der roten Kürbisflasche. Und die könnt ihr so oft benutzen, wie ihr wollt. Die hat ein bisschen Cooldown. Das heißt also, deswegen möchten wir diese kleinen Füchse immer schön gruppieren und dann aktivieren. Weil dadurch verschwinden dann alle blauen Flammen auf einmal. Und wenn wir aber, sagen wir mal, etwas weiter auseinander stehen und wir haben nur zwei der drei Flammen glänzen können. Dann warten wir die Cooldown ab, gehen dann zur dritten blauen Flamme, die noch übrig ist und drücken sie dort ebenfalls wieder. Wir müssen also möglichst nah dran sein an diesen blauen Flammen, wenn wir die rote Kürbisflasche nutzen. Wie ihr sehen könnt, habe ich sie jetzt mal mit der Maus aktiviert. Ihr könnt auch mit der Klick auf die sieben auslösen, in meinem Fall auf der sieben. Und dann sind alle verschwunden. Wenn ihr das nicht tut, dann kommt aus der blauen Flamme wieder ein Fuchs. Es kommen jetzt drei Wellen. Erstmal drei Füchse, dann sechs Füchse und dann neun Füchse. Und dementsprechend, wenn dann noch einer übrig ist durch eine blaue Flamme, den ihr dann auch nochmal töten müsst, lästig. Also jetzt sehen wir hier, schön sechs Füchse, schön sammeln. Ich habe hier nochmal rote Kugel aktiviert, bringt aber glaube ich gar nichts bei dem Boss. Und jetzt schön angreifen. Immer ein Angriff dodgen. Ein Angriff umpositionieren. Ein Angriff umpositionieren. Ein Angriff umpositionieren. Ihr seht, ich tanze hier. Ich tanze hier Tango mit diesen kleinen Füchsen. Wenn ihr das nicht tut und immer wie Ash von League of Legends auf einer Stelle steht, ohne einen Dash oder so zu haben, dann ist es schwierig, weil dann kommt eine Wirbelattacke. Oder da kommt, okay, bei Wirbelattacke könnt ihr auch so viel Tango tanzen, wie ihr wollt. Das trifft euch sowieso von allen Seiten. Aber Feueratem, irgendwelche komischen, lästigen Attacken. Aber jetzt seht ihr, dadurch, dass ich jetzt viel rumgetanzt bin, verteilen sich natürlich diese blauen Flammen. Hier sind zwei, da hinten sind jetzt zwei, drei. Hier ist noch einer am Leben. Also, das heißt, ich werde die rote Kürbisklasche jetzt mehrfach aktivieren müssen. Also, bevor ich ihn töte, gehe ich jetzt hin und aktiviere schon mal, damit ein paar blaue Flammen weggehen. Ihr habt wirklich sehr lange Zeit, bis aus diesen Flammen wieder ein Fuchs entsteht. Und die Phase beginnt vor allem erst, wenn der letzte Fuchs der jeweiligen Welle gestorben ist. Das heißt, also, solange habt ihr Zeit, ich gehe jetzt hier hin, versuche hier an der Stelle möglichst alle mitzunehmen. Ich weiß, dass ich den hier nicht bekommen werde, aber ich nehme es in Kauf. Ich habe dann nämlich noch hier einen Fuchs, den ich noch töten muss. Also, ich aktiviere hier die rote Kürbisklasche. Die seht ihr, ist auf Cooldown. Und die verschwinden. Diese blaue Flamme ist noch übrig. Kein Problem. Fünf Sekunden Cooldown. Und jetzt haben wir hier die zweite Flamme und die beiden nämlich in einem Rutsch mit. Haben wir diese sechs Füchse getötet. Die blauen Flammen gelöscht oder nicht gelöscht. Beim Löschen kommt es nicht darauf an. Die Welle ist quasi beendet, wenn die Füchse sterben. Das heißt, dann kommen die nächsten und das sind jetzt neun Füchse. Und natürlich hier wieder aufpassen. Hier noch mehr Tango tanzen als je zuvor. Also, werdet zum Tänzer Patrick Swayze. Ruhe und Frieden. Aber Patrick Swayze hier schön umtanzen. Schön Tango, Leute. Tango. Wir wollen Tango tanzen. Ja, Halay. Halay, Tango ist scheißegal. Horon. Ein paar türkische Tänze. Ihr werdet jetzt sehen, ich aktiviere jetzt hier schon mal die rote Kürbisflasche. Tue ich das? Tue ich nicht. Aktiviere ich jetzt möglichst in der Mitte und boom, alle auf einmal weg. Sehr schön. Hättet ihr jetzt, sag ich mal, in dieser Phase noch eine blaue Flamme übrig und ihr seid nicht schnell genug, weil eure rote Kürbisflasche dann auch auf Kürbis ist, dann ist es so, dass die blaue Flamme zu einem kleinen Fuchs wird. Das heißt also, die letzte, vierte Phase wird initiiert. Das heißt, der große Kumio kommt und ihr habt dann noch die anderen kleinen Kumios. Deswegen achtet darauf, dass ihr sie möglichst schön gruppiert. Und dann geht es auch schon weiter. In der letzten, vierten Phase ist es jetzt so, dass ihr hier oben in der Mitte der Arena so eine blaue Flamme habt. Und die müsst ihr beachten. Also wichtig ist, dass ihr die Map auch im Auge behaltet. Diese blaue Flamme erzeugt nämlich AOE-Schadensflächen in zwei verschiedenen Richtungen. Entweder von außen nach innen, dass das wellenmäßig kommt. Erst außen, dann in der Mitte, dann in der, also erst äußerer Ring, mittlerer Ring, innerer Ring, ja. In der, dann könnt ihr immer, also ihr habt immer kurz Zeit, dann quasi einen Step nach rechts zu machen, um den Schaden zu annullieren. Aber ihr müsst dann halt immer weiter gehen, ne. Also das heißt, am Anfang dürft ihr nicht außen stehen, dann dürft ihr nicht in der mittleren Ring stehen und dann im inneren Ring dürft ihr auch am Ende nicht stehen. Das heißt also, ihr könnt dann einfach von innen nach außen irgendwann gehen, während er von außen nach innen kommt. Oder umgekehrt, ihr macht es von Mitte nach außen. Das gleiche Prinzip, nur von Mitte nach außen. Außen seht ihr meistens immer anhand so einem blauen Tetagramm, ne, also das heißt so blaue Felder entstehen am äußeren Rang. Dann wisst ihr, da kommt jetzt gleich diese Attacke, deswegen immer schön die Arena im Auge behalten. Und in der Mitte ist es so, dass dann so Flammen entstehen, so in der Mitte, da kommen so Flammen raus. So, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen getriggert, dass Kumio direkt wieder verschwindet. Wir gucken jetzt hier, wo ist der eine von drei Füchsen, der die rot-grüne Kette hat. Das ist der hier, die anderen sind Fake. Wir stehen halt hier, schön Schaden machen, die verschwinden. Ansonsten denkt daran, was ich vorhin gesagt hatte bei der Mechanik. Er versucht uns jetzt hier mit einem Feueratm einzuschüchtern. Wir behalten die ganze Map im Auge, ne, wir wollen sehen. Jetzt wieder hier die blauen Flächen. Ihr seht, ich benutze hier ein paar Frontal Guards, ne, Frontal Guard, Frontal Guard, Frontal Guard. Und dann seht ihr, ist jetzt schon durch, ne. Bin jetzt schon durch leider, aber ich habe euch leider diese blaue Flammenattacke nicht zeigen können. Aber denkt daran, sie kommt von außen, dann also ein Tick außen, ein Tick mittlerer Ring, ein Tick innerer Ring. Oder umgekehrt, innen, Mitte, außen. Den schönen Dodgen und ansonsten Passas. Es gibt noch eine Mechanik, die ich euch noch nicht gesagt habe. Und zwar, das ist eine Mechanik, die wollte ich, ich hatte die Hoffnung, dass sie kommt und ich sie euch zeigen kann. Die kommt auch sehr selten. Aber achtet auf die Mechanik. Und zwar, Kumio steckt seinen Schwanz in den, ja, vor sich, also seinen Schwanz von hinten nach vorne und in die Erde. Und dabei entsteht eine Kuppel um ihn, ja, und die lädt sich so auf. Und in der Phase müsst ihr hingehen und ihnen Schaden machen. Einfach Schaden machen. Meistens ignoriert man das sowieso, weil man sowieso immer Schaden machen möchte. Aber da ist es ganz wichtig, dass ihr Schaden macht und nicht irgendwie rumpimmelt und erstmal guckt, was macht er da. Sondern rein Schaden. Er soll das Ding abbrechen. Ansonsten, Supernova. Wollt ihr nicht miterleben. Gut, ansonsten, 6 Minuten 24 auf ganz entspannt. Und übrigens ist das auch das Video, womit ich hier Erster bekommen habe. Also, wenn ihr hier auf Black Shines geht und meine Belohnung mal anguckt, Kumio, 6,24. Das ist genau die Belohnung von dem Video, was ich hier euch gerade vorgeführt habe. Ihr seht, ich bin Rang 1. Je höher euer Rang, desto besser die Chance auf die Belohnung. Ihr seht jetzt hier, es können zwar alle Ränge, Rang 1 bis Unendlich, das hier bekommen, was ihr hier seht. Bei 6 Cine halt haben wir ja auch die Chance auf dann diese Kristalle. Aber, liebe Leute, es ist nun mal so, dass je höher ihr kommt im Rang, desto besser ist auch der Loot insgesamt. Also, ihr habt eine höhere Chance auf den Loot. Und ja, man kann auch hier da ein Sancho rausziehen. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Besucht mich gerne auf twitch.tv slash wakayashi. Da könnt ihr ebenfalls eure Fragen loswerden oder einfach mal Teil einer großartigen, gönnerhaften Community sein. Liked gerne das Video, Leute. Followt den Kanal. Das wird mich alles super supporten. Ich wäre euch wirklich dankbar. Ich würde eure Hühneraugen küssen dafür. Aber in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017